Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer, geheimnisvolle Geschichte und ihr seht schon, ich habe mal wieder einen richtig besonderen Gast. Es ist der Newcomer, der neue Star der Szene, Alexander Stier. Alex, ich freue mich riesig, dass du dir wieder Zeit genommen hast für die zweite Sendung mit uns beiden. Ich denke auch die Zuschauer werden sich riesig freuen, dich hier wiederzusehen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung wieder und ich denke auch, es wird eine ziemlich geile Sendung. Ja, wir haben auch einiges vor. Wir haben ja in unserer ersten Sendung über Saturngnosis gesprochen und auch viel über Okkultismus, über Satanismus und wir hatten uns unheimlich viel vorgenommen, thematisch, hatten ganz viele Bilder und Folien vorbereitet und manche Sachen, die sind dann doch so ein bisschen untergegangen oder waren ein bisschen hektisch. Das lag auch an mir, weil ich immer den Zeitplan praktisch vor Augen habe. Ich bin ja hier nicht nur Moderator, sondern auch Regisseur und Personalunion und muss dann immer so gucken, wie kommen wir durch die Themen durch. Da gab es aber eine sehr interessante Grafik. Da waren praktisch verschiedene moderne und zeitgenössische satanische Orden abgebildet und eigentlich war angedacht, dass du die alle mal so in Ruhe erklärst. Und das ist dann aber in der Sendung so nicht passiert, wie das eigentlich geplant war. Und da haben auch die Zuschauer sich das nochmal gewünscht. Deshalb haben wir uns gedacht, diese Sendung beginnt definitiv damit, dass Alex mal alle diese Orden nacheinander durchgehen wird. Und in der heutigen Sendung geht es vor allem um satanische Orden, satanisch-okulte Orden, die mehr oder weniger modern sind. Das bedeutet zeitgenössisch oder in den 60er, 70er Jahren entstanden sind und teilweise auch in den 20ern, wenn wir jetzt über die Fraternitas Saturni sprechen. Aber weiter gehen wir in der Zeit nicht zurück. Wir reden nicht über das 19. oder 18. Jahrhundert oder die Spätantike oder solche Phasen mit irgendwelchen gnostischen Strömungen. Es geht um Organisation und Phänomene, die man praktisch heute noch antreffen kann. Und wir sehen da eigentlich halt eine große Relevanz, darüber mal zu sprechen. Und ich werde einfach mal jetzt anfangen, hier ein bisschen was einzublenden. Und zwar ist das diese Grafik, die war auch schon in der ersten Sendung zu sehen, kam aber wie gesagt zu kurz. Und ich würde dann dir jetzt das Wort geben, Alex, dass du uns vielleicht mal hier durchführst. Was sind das für Organisationen? Und was hat es da jeweils mit diesen Orden auf sich? Und ich weiß nicht, gehen wir chronologisch vor? Fangen wir vielleicht mit der Ältesten an? Oder thematisch? Oder einfach der Reihenfolge nach? Ich kann das so machen, dass wir mal so ein bisschen bei den, vielleicht so ungefähr chronologisch jetzt, aber auch nicht so genau. Weil bei 1, 2 bin ich mir nicht so sicher, wann die genau gegründet worden sind. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir können ja mal anfangen bei der Fraternita Saturni. Man sieht schon unten rechts das Saturn-Symbol. Und ja, die wurde gegründet von Eugen Grosche, von Gregor A. Gregorius. Der hat sie mit ein paar anderen Brüdern aus der pansophischen Loge heraus gegründet. Und das Ziel war eben, einen etwas direkteren Weg zu gehen als Thelema, beziehungsweise die Richtungen, die Thelema hervorgebracht hat. Und im Mittelpunkt eben den Saturn, der wiederum eine Beziehung hat zu mindestens zwei Ebenen, nämlich der höheren Oktave des Saturns Luzifer und der niederen Oktave des Saturns Satanas. Natürlich spielt auch die verborgene innere Sonne des Saturns eine Rolle, die dann für das Krestos-Prinzip steht. Oder ja, die auch der kleine Bruder des Saturn genannt wird. Ja, die Sonne. Und es ist eine Loge, die sehr freimaurisch aufgebaut ist, zählt aber zu den sogenannten eher Winkellogen. Ist also keine reguläre Freimaurerloge, sondern könnte man durchaus als Winkelloge betrachten oder aber als eine Freimaurer-ähnlich organisierte Organisation. Ja, da muss man dazu sagen, würde man jetzt irgendwie einen Freimaurer fragen, die würden vehement abstreiten, dass die Fraternita Saturni etwas Freimaurerisches wäre. Ist sie in dem Sinne auch nicht direkt, aber es ist vom Aufbau und von der Organisation ähnlich. Also es ist dasselbe Ordensprinzip, wenn man so will. Und es gab in dieser Zeit so einige Abkopplungen aus der, ich nenne es mal jetzt Mainstream-Freimaurerei, wo sich dann Orden so gebildet haben, die ähnlich funktionieren. Der OTO war ja auch so. Letztlich, wenn man jetzt in die die rechtere Esoterik schaut, auch die Thule-Gesellschaft ist in ihrem Aufbau an der Freimaurerei orientiert gewesen. Es macht ja auch Sinn, es ist ja auch ein Erfolgsmodell, einen Orden aufzubauen wie die Freimaurerei. Das ist nun mal das größte und vielleicht auch international verbreitetste Ordenssystem. Ja, das würde ich aussehen. Ich würde zum Beispiel die Fraternita Saturni eher zu diesen, wie gesagt, diesen eher winkellogigen Gruppierungen zählen, die sich eben, ja, die so ein bisschen dieses Freimaurerische, die das toll finden, damit zu spielen wohl so ein bisschen, ja. Man kennt das ja auch von der adonistischen Gesellschaft und der sogenannten Fockloge, Freimaurer des Goldenen Centuriums, so nennen die sich oder nannten die sich, wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat. Und auch, man sieht so ein bisschen die Saturnis, dass die da in Anlehnung an dieses, an diese Geschichten so dranbauen. Und da wird auch viel, also es wird in allen satanischen Gruppen, das muss man mal so sagen, wird auch viel dazu gedichtet und wird auch vieles immer da so rein interpretiert. Und auch Geschichten werden einfach erfunden. Man hätte eine alte Tradition, die würde schon auf bestimmte Männerbünde in was weiß ich wo, wie viel hundert Jahren zurückführen. Und das ist oftmals aber gar nicht verifizierbar. Das sind halt einfach nur Behauptungen dieser Gruppierungen. Ja, oder es ist eine geistige Nachfolge, die auch unter Umständen stimmen kann, aber anders, als man sich das jetzt so im Sinne lineare Geschichte vorstellt. Ein gutes Beispiel, die Freimaurerei, wie gesagt, bezieht sich auf den Salomonischen Tempelbau und die Tempelritter. Da gibt es in England eine hier eigentlich fast unbekannte Schwesterorganisation zur Freimaurerei, die auch sehr alt ist, die sogenannten Freigärtner. Es gibt Freigärtner, das sieht alles symbolisch sehr ähnlich aus wie Freimaurerei, nur es sind dann mehr so Gartenwerkzeuge als Bauwerkzeuge in der Symbolik. Und die haben dann eine Legende, dass sie praktisch sich auf die hängenden Gärten von Babylon zurückführen. Dann gibt es auch noch einen Druiden-Orden. Genau, die haben ja dann das Gleiche nur mit Druiden-Symbolik. Genau, sehen sich in der Tradition der Druiden. Es gibt den Memphis-Misraim-Ritus, die ägyptische Freimaurerei, die sich dann auf Ägypten zurückführt. Und schaut man sich dann aber diese Ordenslegenden sehr detailliert an, dann ist in einem gewissen Sinne da meistens auch doch irgendwie Wahres dran. Und auf der anderen Seite ist es auch doch erfunden. Das ist so ein ganz schwieriges Feld, weil das diese mystischen Themenbereiche streift. Ja, es gibt auch diesen Faschings-Orden. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Die sind wie Freimaurer, nur mit Faschings-Zeugs. Wie heißen die denn nochmal? Das weiß ich nicht. Meinst du die Schlaffen? Ja, Schlaffen. Den Schlaffen-Orden. Ja, und ich hatte auch in einer meiner Sendungen den Mobs-Orden erwähnt. Der ist auch noch sehr interessant in Bezug auf Satanismus oder satanische Strömungen und Freimaurerei. Ja, da könnte man mal drüber reden. Der Mobs-Orden, auch ganz interessant. Vielleicht ist es dann eine Wiederholung für die Leute, die die Sendung bei dir schon gesehen haben. Aber der Mobs-Orden. Ich bin da nicht so in die Tiefe gegangen. Nur halt auf diese Symbolik, dass eben der Mobs auf den Anus geküsst wird. Und das ist ja auch eben dieses typische Teufelsding. Genau, da wollte ich auch drauf hinaus. Das kann man kurz erwähnen. Der Mobs-Orden stand im 18. Jahrhundert, als die Freimaurerei auch gerade so in Adelskreisen beliebt war. Und da war der Mobs-Orden für die Adelsdamen dann so eine Alternative. Der Mann war Freimaurer, die Frau war dann, das nannte man damals tatsächlich so Möpsin. Klingt jetzt für unsere Ohren ein bisschen komisch. Aber die Möpsinnen, die mussten dann auch in diesen Logen alle einen Mops haben. Also so einen kleinen Hund. Und in einem Aufnahmeritual wurde der dann auf den Anus geküsst. Allerdings war es wohl ein Porzellan-Mops, den sie küssen mussten. Und das genau erinnert an gewisse Sachen. Baphomet und den Templern, was da so erzählt wurde. Und auch überhaupt auch aus der Tradition dessen, was so die Kirche immer den vermeintlichen Satanisten nachgesagt hat. Also es wird auch beim Mops-Orden viel mehr dahinter gesteckt haben an Esoterik, als man das heute so denkt. Wenn man meint, das war alles nur so ein bisschen so Spielerei für Adlige Damen. Aber das müsste man noch mal richtig... Ich wollte gleich noch mal so eine separate Sendung genau über diese ganz kuriosen Orden, weil gibt es noch mehr wirklich ganz kuriose Orden, über die man sprechen könnte. Deswegen hatte ich das auch in meinem Baphomet-Video da angerissen mit dem Mops-Orden. Und da gibt es sicherlich noch mehr zu erzählen. Also die Fraternita Saturni, um da wieder zurückzukommen, die ist so in den 20er Jahren entstanden. Und ja, also das, warum die dann später so diese Satanisten-Ecke gebracht worden sind, ist eben, weil sie eben sich schon als Saturn-Gnostiker bezeichnen. Und Saturn ist in der Gnosis eben eher der Teufel, also der Demiurg, der bei den Gnostikern ja eben der Satan war. Das heißt also, das sind dann diejenigen, die... Ich hatte sie in meinem Video als Pseudo-Satanisten bezeichnet, aber eigentlich wäre der Begriff heimlich-Satanisten doch besser gewesen. Also quasi, man sagt nicht direkt, man ist Satanist, nee, man ist Saturn-Gnostiker. Aber irgendwo verehrt man dann doch aus gnostischer Sicht dann den Teufel wiederum. Und das wäre jetzt eine Zwischenfrage von meiner Seite. Verehrt man ihn oder erkennt man ihn nur an? Denn es gibt beispielsweise in Bezug auf die Freimaurerei ja auch immer den Satanismus-Vorwurf. Und ich vertrete da den Standpunkt, dass ich denke, die Freimaurer, nicht die Freimaurer als Menschen, aber die Freimaurerei als Lehrgebäude, erkennt den Demiogen und erkennt ihn als eine wirkende Kraft an, was noch nicht heißt, dass er verehrt wird. Und das wäre jetzt die Frage, ist das in der Fraternita Saturni auch so oder ist es anders? Ist es eigentlich dann einen Schritt weiter? Naja, also ich denke, das ist sehr schwierig, wirklich klar zu sagen, ab wann fängt Verehrung an? Ja, Verehrung fängt ja schon an, wenn ich eine Kraft ehre und ihr eine Kerze anzünde. Das kann auch schon Verehrung sein. Und wenn ich zum Beispiel in dem Logenritual sage oder wenn die Gemeinschaft sagt, dir beugen wir uns. Das ist ja auch schon so eine Sache. Okay, also dir beugen wir uns. Ich würde schon sagen, es ist eine Form von Verehrung, die dort stattfindet. Es ist nicht klassisch, es ist keine klassische Anbetung, aber ich würde schon sagen, es ist eine Verehrung des Saturn-Prinzips. Weil da muss man ja tatsächlich bei solchen Fragen, wenn man sich so mit okkulten Lernen befasst, wirklich unterscheiden. Wann ist es Anerkennung? Wann ist es Verehrung? Wann ist es Anbetung? Gab es ja auch in der Kirche, wo es gab einen Streit um die Ikonen. Werden die Ikonen angebetet oder verehrt? Da hat man sich darauf geeinigt, dass zum Beispiel in der orthodoxen Kirche sie verehrt, aber nicht angebetet werden. Das sind so theologische Spielereien letztlich, aber die machen dann doch entscheidende Unterschiede, weil da die Weichen gestellt werden, in welche Richtung sich ein Geistesgebäude dann entwickelt. Ja, genau. Aber das, wie gesagt, also die Saturnis ist ein interessantes Thema, aber die sind inzwischen sind die ja auch im Aussterben. Also die haben ja einen Mitgliederschwund, so wie fast alle Gruppen, die man so kennt und vor allem in Deutschland, in Amiland, mag das ein bisschen anders aussehen oder in Südamerika oder was da, die Ecke vor allen Dingen, Südamerika. Da florieren solche Orden natürlich viel mehr als hier bei uns zum Beispiel. Aber genau, ich weiß nicht, was man noch zu den Saturnis sagen kann. Die haben halt ein esoterisches oder ja, esoterisch-okkultes Programm, um es mal so zu sagen. Es wird eben viel geforscht. Es gibt eben auch eine Weiterentwicklung von magischen Ideen, ja, die dann vielleicht später dann aus den Saturnis heraus dann auch vielleicht auch die Chaos-Magie ein bisschen beeinflusst haben als letzte große magische Strömung, die es gab. So würde ich das jetzt mal sagen. Und weil eben auch Mitglieder der Fraternita Saturni eben auch später dann da in diesen chaos-magischen Bereichen sehr stark gewirkt haben. Ich würde noch gerne anmerken, soweit ich das beurteilen kann. Ich glaube, ein Zentrum der Fraternita Saturni ist Berlin. Also dort wurde die Loge ursprünglich gegründet und hat auch bis heute ihren Sitz. Aber es gibt noch Abspaltungen. Aber weil das auch manchmal interessant ist, so Orden mal so geografisch zu verorten. Das ist eine Berliner Geschichte im Kern, wenn man das jetzt so zuordnet. Ja, wobei man sagen muss, die haben sich ja extrem stark verstritten, auch mit anderen Saturn-Gruppierungen, weil bestimmte Altmeister abgerückt sind. Dann gab es Geschichten darüber, dass eben die Fraternita Saturni, die haben sich dann den Namen gesichert. Dann gab es Altmeister, die haben gesagt, nein, ihr seid einfach nur ein Verein, aber ihr habt nicht das Hochgradwissen. Und es gab da in der Richtung, gab es unglaublich viele Streitsituationen, Gerichtssituationen, eben um Namen, um irgendwelche Archive. Und dann wurden Autos angezündet, dann wurden Leute angegriffen, dann gab es Mordversuche. Also das ging schon richtig zur Sache. Das würde ich jetzt ja gar nicht so erwarten. Also wenn man so Streit aus Freimaurerlogen kennt, gibt es auch so Vereinsmeierei und Konflikte, aber da werden keine Autos angezündet. Nee, nee, da ging es richtig ab. Da war es schon richtig. Dann gab es Vorwürfe wegen Massenvergewaltigung innerhalb der Loge, weil sie versucht haben, Ex-Aureal, das ist so eine Vampirin, um die zu inkarnieren. Die wollten halt rituell da jemanden schwängern, um dann diese Entität in die stoffliche Ebene zu holen. Und das ist wohl ein bisschen schief gegangen und da eskalierte es wohl. Ich passe hier ganz vorsichtig auf, wie ich das formuliere, weil was da genau passiert ist im innersten Kern, da kann ich natürlich auch nichts drüber sagen. Aber was mich interessieren würde, so im Laufe deiner Zeit in okkulten Organisationen und deinem auch theoretischen Bücherstudium zu diesen ganzen Themen, wie nahe standst du der Fraternitas Saturni? Wie viel hast du mit denen zu tun gehabt? Ja, also erstmal, es gibt sehr viele Saturnlogen, die alle den Anspruch oder viele von denen den Anspruch haben, wir sind die echte alte Fraternitas Saturni. Dann gibt es welche, die wollen das gar nicht, dann ist das scheißegal, ob sie die echte alte Fraternitas Saturni sind, die wollen einfach nur eine gewisse Saturn-Tradition weiter pflegen. Und dann, ja, ich war in einer Saturnloge aktiv eine Zeit lang, aber auch nicht so lange, obwohl ich mich sehr lange in diesem Umkreis bewegt habe. Und ja, also mehr will ich auch gar nicht drüber reden. Ich habe aber einige Sachen da auch erlebt und mitgekriegt und erfahren und auch Zugang gehabt zu gewissen, zu einem gewissen Wissen, was jetzt nicht so publik ist, was nicht überall publiziert ist. Man findet hier und da sicherlich Rituale oder auch Veröffentlichungen. Es gab auch schon Leute, die Rituale, intern Rituale veröffentlicht haben, einfach so. Ja, und das kam auch nicht so gut an. Ja, aber ich sage mal so, im Großen und Ganzen ist das eigentlich auch nur eine magische Vereinigung, wie viele andere auch, die halt ein Zentrum haben, eben dieses saturnische Prinzip. Und dann letztendlich viele Sachen ausprobieren und letztendlich Magie wirklich praktizieren und wirklich Magie sehr ernst nehmen und auch intensiv trainieren, magische Effekte zu erzeugen. Ja, das mal so auszudrücken. Und natürlich spielt das dann auch in die Fremdbeeinflussung mit rein. Natürlich geht es dann da auch um. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass in den Ordensstatuten damals drin stand und da hatte ich meinen ehemaligen Meister gefragt, warum das da drin stünde. Und zwar, schwarze Magie ist verboten. Da habe ich gesagt, aber Moment mal. Also wenn ich mir da die Sachen durchlese von manchen ehemaligen oder Saturnis, die mal gelebt haben und so weiter. Das sieht mir aber schon ziemlich danach aus. Ja, wenn ich andere gegen ihren Willen beeinflusse durch Magie, ist das dann keine schwarze Magie. Und erklärt bekam ich dann, naja, schwarze Magie ist, wenn du gegen deinen wahren Willen verstößt. Wir haben die eigene Interpretation davon. Ja, und genau. Und daran merkt man schon, dass auch diese Gruppen eine ganz eigene innere Systematik und Sprache haben. Und wenn ich zum Beispiel immer dieses höre von irgend... Das ist halt... Ich weiß sofort, dass das jemand ist, der definitiv nicht eingeweiht ist in irgendwelche Kreise. Dieses mit Thelema und das Gesetz von Thelema. Ja, wenn die dann damit ankommt und sagen, ja, aber du sollst ja nicht die Bahn eines anderen Sterns... Also du sollst halt nicht auf die Bahn eines anderen kommen, damit ihr euch nicht entgebt, damit ihr nicht quasi gegeneinander knallt. Also quasi tu, was du willst, aber immer in Respekt zum anderen gegenüber. Ja, das ist die exoterische Erklärung, die auch gerne überall mal publiziert wird, wie mit dem, wir machen keine schwarze Magie. Aber sobald du, sage ich mal, ein bisschen tiefer reinsteigst in das ganze System, wirst du feststellen, dass die Leute alle knallharte Sozial-Lawinisten sind. Und das habe ich bei den Saturnis genauso gelernt. Das muss ich einfach mal so direkt sagen, wie es ist. Es ist mir aufgefallen, die glauben an die Naturgesetze und die sagen alles andere ist Bullshit. Das war... Ich würde nicht sagen, dass jeder so gedacht hat, aber sehr viele, die ich kennengelernt habe, waren genauso. Und dann haben die gesagt, es ist nun mal so. Ob dir das gefällt oder nicht, es spielt keine Rolle. Wir alle werden irgendwann sterben und es geht jetzt darum, sich so viele Vorteile wie möglich zu verschaffen. Und das führt eben auch manchmal zum Leid der anderen. Das heißt also, wenn ich Wohlstand haben will, muss ich diesen Wohlstand anderen wegnehmen. Und weil irgendwo wird es ja weggenommen. Das heißt, es fehlt irgendwo. Und das ist so ein bisschen das, was ich da in diesen Kreisen eben auch immer wieder mitbekommen habe. Und das nicht nur bei den Saturnis, sondern auch in allen anderen Gruppierungen. Eigentlich in allen Gruppierungen, in denen ich mit war, ging es am Ende immer irgendwie doch so um Sozial-Lawinismus. Und es ging vor allem darum, andere zu übervorteilen durch okkultes Wissen. Das ist ja auch der Grund, warum ich meinen Kanal gestartet habe. Warum ich den okkultes Wissen nenne. Weil okkultes Wissen ist eigentlich Wissen, was ganz gezielt geheim gehalten wird, um andere übervorteilen zu können. Wissen, was der Pöbel nicht hat oder die Uneingeweihten, die Profanen, die Ungeborenen. Nennen sie, wie du willst. Jede Gruppe hat auch ihre eigene Bezeichnung für diese Leute. Das ist auch interessant. Die haben alle eine andere Bezeichnung, meinen aber alle das Gleiche damit. Und um es ganz böse zu sagen, meinen sie damit die Schwachsinnigen da draußen. Die Idioten, das Volk. Die Leute, die eben keine Ahnung haben von diesen ganzen manipulativen Mechanismen. Die eben a einmal Psychologie beinhalten und b magische Praktiken, um andere zu beeinflussen. Alleine schon, wenn du weißt, wann und wo jemand geboren ist und du eine Radix davon anfertigen kannst, hast du schon Einblicke in seine Struktur, in sein Wesen und kannst ihn schon einschätzen. Und natürlich sagen jetzt manche, ich glaube nicht an Astrologie. Das ist doch alles Blödsinn. Ja, aber diese Gruppen glauben an Astrologie und scheinbar haben sie auch damit Erfolg. Ja, mit ihren Analysen über bestimmte Leute. Und demnach reagieren sie dann. Oder nutzen bestimmte planetarische Kräfte und Energien und sehen, aha, heute ist diese Person energetisch sehr schwach. Hat einen Rückläufigen, irgendwas, dralala. Ich bin jetzt nicht so der Profi-Astrologie. Aber ich denke, die Leute werden wissen, was ich meine. Und dann kannst du damit arbeiten. Und das machen die auch. Wollen wir mal zum nächsten Orden kommen. Genau, gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, diesen Our Lady of Endor Coven. Der ist, ich weiß gar nicht genau, wann der geht. Das ist jetzt schräg über der Fraternitas der Tournee. Das ist die mittlere Reihe ganz rechts der Orden. Our Lady of Endor Coven. Der muss sich jetzt auch echt passen und sagen, das habe ich noch nie gehört oder von dieser Organisation. Führ uns mal ein. Ja, die haben auf jeden Fall mit diesem, es gibt diesen Kult auf Tubalkain und die haben eben damit, irgendwo sind damit verbunden. Also das ist schon sehr nebulös alles. Und es geht teilweise, soll es. Es ist halt immer die Frage. Also ich war nie Mitglied in dieser Gruppe. Ich habe auch nie groß Kontakt bewusst gehabt zu Leuten aus dieser Gruppe. und ich glaube, die sind irgendwann, und da bitte nicht drauf festnageln, weil das sind nur Annahmen in den 60er Jahren entstanden und sind aus einer gardnerischen Gruppe, aus einer gardnerischen Wickergruppe entstanden, also aus einem Coven. Und haben sich dann aber so ausentwickelt in so eine gnostisch-satanische Richtung auch wieder. Also auch da haben wir wieder dieses Ding mit der gnostische Satan, aber hier dann eben als schöpferische Boxgestalt. Pan kann ja auch All bedeuten und deswegen auch als Gott, der überall ist und der alles ist. Also deswegen sagen wir auch, gibt es ja auch den Pantheismus. Ja, alles ist Gott. Und genauso kann man aber auch dieses Alles ist Gott auf Alles ist Pan beziehen. Alles ist der gehörende Gott. Und diese Gruppen sind wohl auch, und wie gesagt, da weiß ich nicht, ob das stimmt, weil viele erfinden ja auch irgendwie ihre Storys, um sich noch wichtiger und größer zu machen, als sie sind. Aber diese Gruppen sollen wohl auch in Kontakt stehen mit solchen Sachen wie Bohemian Club und so weiter. Also das ist jetzt ziemlich gewagt, was ich hier sage. Aber ich habe eben Informationen, dass es da auch wirklich in bestimmte Kreise reicht, die ein bisschen elitärer sind. Also ist das eher eine etwas elitärere Organisation? Die Organisation eigentlich nicht, das ist ja gerade das Ding, aber viele dieser Organisationen dienen ja auch nur als Eingangspforte in innere Kreise. Und dieser Coven wäre vielleicht jetzt auch eine Eingangspforte in etwas elitärere Kreise. Man hat vielleicht scheinbar erst mal so das Gefühl, naja, das sieht mir so aus nach traditionellen Wicca mit irgendwelchen satanisch-gnostischen Lehren, irgendwie auch ein bisschen Kabbalah und irgendwie so ein paar andere Sachen. Da würde ich jetzt erst mal nicht vermuten, dass das jetzt in höhere Kreise, auch in politische Kreise oder irgendwas geht. Aber, und das ist das Ding, das ist aber wiederum ein Eingangstor in andere Kreise. Also das ist so ein bisschen wie auch in der Freimaurerei, da gibt es ja unglaublich viele innere Orden. Orden, von denen niemand eigentlich irgendwas weiß. Orden, von denen manche Leute was wissen, aber keiner weiß, was die da drin machen, weil es darüber kaum Informationen gibt. Aber es gibt ja unglaublich viele Orden um und in der Freimaurerei. Ja, vor allem war das im 18. Jahrhundert so. Jetzt ist natürlich schon eine Situation, es gibt so unheimlich viel Literatur über Freimaurergeschichte, Rituale, die gedruckt wurden. Aber es gab eine Zeit, da wusste man von inneren Orden überhaupt gar nichts außen. Und es gibt ja auch die Geschichte mit Adam Weishaupts Illuminatenorden, der ja ganz gezielt innerhalb der Freimaurerei im 18. Jahrhundert Mitglieder geworben hat. Also das gab es immer wieder, dieses Matroschka-Prinzip, dieses Prinzip des Ordens im Orden, der Kammer hinter dem Schleier und dahinter nochmal was. Das ist schon sehr interessant und dass sich das auch immer wieder so ausgebildet hat und aus meiner Sicht auch so ausbilden musste. Denn wenn man jetzt, das ist so ein bisschen wie so ein Auswahlprinzip, wenn man eine gewisse Elite sein möchte, egal in welchem Bereich, dann muss man aussieben. Und wenn das jetzt um Okkult und Geheimwissen geht, dann kann es auch nicht vorher jeden einweihen, dass sie überhaupt wissen, dass sie jetzt vielleicht in einem Sammelbecken sind, wo sie ausgewählt werden sollen für etwas. Das hat auch so eine Eigendynamik, das will ich damit sagen. Das kann gar nicht anders funktionieren. Insofern ist es so ein Automatismus, dass sich immer diese Orden im Orden bilden, weil es auch immer in jedem Orden Mitglieder gibt, die wollen mehr oder in die Tiefe der Leere gehen oder die wollen was anderes oder was Eigenes. Das sind ja nie homogene Gruppen, nur annäherungsweise. Ja, und dieser Coven halt, das wäre auch noch interessant, hat eben auch eine Verbindung zu diesem Order of the Eastern Star. Das ist ja auch so ein Frauenfreimaurerlogen Ding, wo ja auch gewisse Rituale und vor allem, die haben ja auch ein inverses, also auf den Kopf gestelltes Pentagramm, auf die Spitze gestelltes Pentagramm als Symbol, ja, mit verschiedenen Farben. Ja, ja, ich überlege, ich bereue gerade, dass wir es jetzt nicht einblenden können, haben wir nicht vorbereitet, Order of the Eastern Star, ja, das ist so eine Seitenorganisation der Freimaurerei im sächsischen Raum. Und die hängen eben mit diesem, mit dieser, mit diesem Coven, dieser Coven hat da irgendwelche Bezüge auch zu. Naja, da würde ich jetzt gerne nicht weiter in die Tiefe auch gehen, weil da ist mein Wissen einfach nicht so tief, muss ich leider gestehen, auch wenn ich es selber sehr interessant finde. Ich würde gerne mal jetzt zur Church of Satan kommen, Anton Chandolawe, ganz links oben, der Mann mit der Glatze und der Schlange. Das Gesicht, das ist wohl auch der bekannteste Satanismus überhaupt, ja, den dürfte jedem bekannt sein, da werde ich jetzt auch nicht so in die Tiefe gehen. Der hat halt 1966 die Church of Satan gegründet, aus einem okkulten Kreis heraus wiederum. Und diese Organisation ist sehr wahrscheinlich, oder sagen wir mal so, ist eigentlich eine Organisation, die aus, eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kommt. Und die installiert wurde, meines Erachtens, um den Satanismus gesellschaftsfähig zu machen. Das ist also eine Propagandamaschine gewesen und ist heute vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber ja. Das ist ja auch so ein bisschen so eine, heute würde man sagen so hip, also die waren schon so angesagt, so ein bisschen Populärkultur. Aber erinnert mich in der Machart auch so entfernt an Scientology, wo die Scientologen ja auch versuchen ganz gezielt irgendwie Hollywood-Schauspieler und solche Leute zu rekrutieren. Und ich glaube, das war so bei der Church of Satan vom Ansatz her ähnlich. Da waren ja viele, Jane Mansfield, Mark Almond, da waren ja so viele Promis auch in der Church of Satan, die das irgendwie ganz geil, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen hier. Hattest du das gerade gesagt, Sammy Davis Jr.? Nee, 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 dann hab ich das nur im Kopf gedacht, dass du das gesagt hast. Auf jeden Fall Sammy Davis Jr., also ich weiß nicht, wer da, es waren so viele verschiedene Schauspieler auch und auch heute noch sind dann auch immer mal wieder ein paar drin. Aber das Ding ist mehr oder weniger ausgelutscht. Das Ding hat auch seine Erfüllung gehabt. Der Satanismus ist in Hollywood sozusagen etabliert worden, um ihn nach außen zu tragen. Ich denke, das war auch eines der Ziele. Sämtliche Hollywood-Filme wurden in Zusammenarbeit mit LaVey, wenn es um Satanismus geht, immer mit LaVey zusammen auch produziert. Das ist auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehne, aber es gibt doch von Roman Polanski diesen berühmten Film Rosemary's Baby. Und spielt da nicht sogar LaVey den Satan? Ja, genau. Also er spielt dann den Teufel und er spielt auch in anderen Filmen. Ist ja irgendwo mal wieder aufgetaucht. Also es ist halt so eine Sache, es taucht überall auf. Auch wie gesagt, das Symbol, was er da verwendet, das ist ja eigentlich ein Symbol, was von Stanislas der Guaita entworfen wurde. Nur, dass halt noch Samael und Lilith da drin stehen würde. Innerhalb des Pentagramms, also um den Bock herum, stünde eigentlich noch Samael und Lilith. Und das wäre dann diese dunkle Dreifaltigkeit, wie Stanislas das bezeichnet hat. Und LaVey hat eben dieses Pentagramm einfach benutzt, hat Samael und Lilith rausgradiert und hat dann dieses Symbol einfach so benutzt. Und das sieht man dann halt auch überall in vielen Filmen. Überall, heute ist es auf Tassen, T-Shirts. Also du kannst es eigentlich überall kaufen. Selbst bei Wish kriegst du dann da irgendwelche Anhänger dafür, zwei Euro. Also es ist halt wirklich, es ist wirklich schon Discount. Discount-Satanismus, ja. Ja, ja, total. Und auch die satanische Bibel, inzwischen haben so viele Leute dieses Buch gelesen. Es gibt es in zig verschiedenen Sprachen, glaube ich auch. Da wollte ich jetzt auch nochmal nachhaken. Die ist mir natürlich ein Begriff, die satanische Bibel, die LaVey geschrieben hat. Ich selbst habe die nie gelesen, weil ich irgendwie immer den Verdacht hatte, dass das kein großes Meisterwerk des Okkultismus ist. Ich vermute mal, dass du sie aber ein bisschen näher kennst. Und da wollte ich gerne mal, dass du uns vielleicht einführen kannst, was da so ungefähr drinsteht. Das ist auch, glaube ich, autobiografisch, ne? Ja, es geht eigentlich, es ist tatsächlich, es ist die Bibel der Church of Satan. Und da geht es um grundlegende philosophische Sachen. Es geht aber auch um Praxis. Es geht um magische Praxis und es geht um die philosophische Ausrichtung. Und LaVey schreibt immer von dem Satanist. Der Satanist ist so und so. Der Satanist macht das und das. Der Satanist macht sowas nicht. Das heißt also, er legt das, er framet die Leute und er sagt ganz genau, wenn du das und das machst, bist du Satanist. Wenn du das und das nicht machst, bist du kein Satanist. Und er wollte sozusagen der Welt erzählen, was Satanisten sind. Und das ist ja eben der Trick bei der ganzen Sache. Jetzt kann jeder, Hans und Franz, der sich da sagt, erstmal kann sich jeder selber Satanist nennen, muss nicht mehr eingeweiht sein in irgendwas und kann sagen, ja, ich habe die satanische Bibel gelesen, ich finde das alles geil, weil es ist im Grunde eine Mischung aus Hedonismus und Sozialdarwinismus. Und da geht es halt darum, ich, ich, ich. Ich bin der Geilste, es geht nur um mich und es ist in Ordnung, dass ich tue, worauf ich Bock habe. Und auch wenn andere darunter leiden müssen, ist mir doch egal. Ist ja mein Leben. Hauptsache ich habe den Gewinn. Hauptsache ich habe Spaß. Und das ist so diese Philosophie, die da drin steckt. Und natürlich kommen dann auch solche Fragen, wie ja, schwarze Messen, ist das mit Kinderopfern und Tieropfern und so weiter. Und da sagt LaVelle, nein, auf gar keinen Fall. Sowas würden wir nie machen. Wir lieben Kinder und Tiere. Die Frage, in welcher Form sie Kinder lieben. Richtig. Genau. Wie liebt ihr die Kinder? Und das ist genau der Punkt. Und vielleicht werden sie auch nicht geopfert, sondern entsorgt. Also man kann das ja alles so drehen, wie man will. Also das ist halt wirklich so ein Ding. Aber es ist auch, das finde ich interessant, diesen Faktor. Du hast gesagt, jetzt kann jeder Hans und Franz sich das kaufen, lesen, vielleicht auch irgendein Jugendlicher und sagt dann, ich finde das alles geil, ich bin auch Satanist. Und natürlich im okkulten Sinne, wie das jetzt früher, vorher war, bei so richtigen Initiationsorden, sind das keine initiierten Satanisten oder Okkultisten. Aber man hat dadurch sowas geschaffen für jedermann. Ja, also die Leute, die ich kennengelernt habe, die diesen LaVelle-Satanismus praktizieren oder praktiziert haben oder wie auch immer oder glauben, dass sie da irgendwas Satanisches praktizieren, das sind meist Leute, die quasi so ein bisschen rebellisch sein wollen und auch sagen, ich habe so Vorlieben für irgendetwas und das ist okay, dass ich das habe. Ja, und weil als Satanist darf ich das. Und das ist genau das Ding. Darauf zielt es eigentlich immer ab. Das heißt also, du bist okay, wie du bist. Du bist ein bisschen pädophil, kein Problem, du bist ja Satanist, dann ist das okay. Weil als Satanist ist auch das in Ordnung. Ja, aber du bist ja, du machst das ja nicht, du bist ja nicht so einer von diesen ganz Bösen. Also du bist ja, du machst das ja nicht wie die katholische Kirche. Was ich jetzt interessant finde daran ist, da wird jetzt diese massentaugliche Ideologie von dem LaVelle so in die Welt gebracht. Und zum einen ist das ja auch ein Spiegel unseres Zeitgeistes. Und wenn man jetzt wiederum bedenkt, LaVelle hat die Sachen, ich glaube, in den 60ern oder 70ern geschrieben. Da war das sicherlich noch viel revolutionärer als heute. Aber heute klingt das ja fast schon, wenn man mal sich so anschaut, was im Fernsehen läuft, das klingt ja fast schon altbacken. Wir sind ja praktisch, leben jetzt in einer Zeit, und das wäre jetzt die nächste Frage, warum wir das tun, wo diese Wertvorstellungen öffentlich propagiert werden durch die Massenmedien. Ja, genau. Das ist halt auch so ein Punkt. Klar, das hat sich etabliert, das sollte sich etablieren. Und LaVelle hat ja auch angekündigt, die Gesellschaft wird sich radikal verändern. Und die Church of Satan wird dafür sorgen. Es ist ganz klar. Also der hat eine ganz klare Ansage gemacht, ob es die Church of Satan am Ende war oder Ping, ist völlig egal. Es gibt Gruppen, die wollen genau diese Agenda und wollten diese Agenda und haben es durchgesetzt. Punkt. Die haben ganz klar gesagt, wir werden Machtstrukturen unterwandern, wir werden Leute in hohe Position setzen, wir werden gucken, dass wir Polizeichefs bekommen, dass wir, egal in welchen, überall werden wir Leute einsetzen und wir werden das mit aller Gewalt machen und es ist scheißegal, was das kostet, wer darunter leidet oder wer weg muss am Ende. Wir erledigen das. Das ist aber interessant, wenn die jetzt die Gesellschaft versuchen, nach ihrer Ideologie umzuformen, wem das nützt, tun die das, weil LaVey war jetzt beispielsweise der Meinung, jemand, der seinem Kodex folgt, das wäre was Gutes, dem zu folgen. Dem wäre ja damit Gutes getan und er möchte jetzt möglichst viele Menschen teilhaben an seiner tollen Ideologie. Das glaube ich nämlich nicht, weil du ja auch gesagt hast, letztlich geht es um Hedonismus und dass man sich selber durchsetzt. Also vermute ich eher, es geht darum, dass andere Menschen sich so verhalten sollen, wie es dann einer selbsternannten Elite zu konzentrieren hat. Wie gesagt, es geht um Hedonismus und Sozialdarwinismus. Und am Ende ist es eben genau der Punkt, dass eben der Stärkere gewinnt. Und das ist auch das, was ich bei diesem Satz mit Tu, was du willst, soll sein, das ganze Gesetz. Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen. Ja, wird ja immer exoterisch so verstanden von wegen, ja, du kannst alles tun, was du willst, aber ohne Liebe geht es nicht mit. Du musst es mit Liebe machen. Ja, Crowley sagt aber auch ganz klar, es gibt zwei Formen von Liebe. Es gibt Liebe und Liebe, die Liebe der Taube und die Liebe der Schlange. Und Crowley spielt ganz klar immer wieder auf die Liebe der Schlange an. Und die Liebe der Schlange ist nicht die Liebe der Taube. Die Liebe der Taube wäre demnach zufolge im Sinne des christlichen Kontexts, ganz klar, nicht im Sinne des antiken Kontexts, sondern im christlichen Kontexts, wäre diese Liebe, die Liebe, die von Maria ausgeht zu ihrem Kind oder eben auch diese Nächstenliebe, die Jesus Christus in der Bibel verkörpern möchte oder verkörpert. Je nachdem, wie man das sehen will. Und die Liebe der Schlange ist ganz klar die sexuelle Liebe. Es geht hier um Ekstase. Und das wird auch überall immer wieder klar. Da muss man gar kein Erleuchteter sein und auch kein Tief-Eingeweihter. Man muss nur hier richtig hingucken. Und das machen die meisten nicht, weil dann die kognitive Dissonanz greift. Und sie wollen das noch nicht wahrhaben, dass Crowley eben nicht ein friedlicher, netter Anarchist war, der wollte, dass allen gut geht und dass alle irgendwo Spaß haben und sich frei entfalten können und alle haben irgendwie Spaß und ach, ist alles cool und niemand stört irgendwen. Und nein, ganz klar, wenn du der Stern bist, der stärker ist, dann zerstörst du den schwächeren Stern auf deiner Bahn. Das ist das, worum es geht. Das ist auch das, was in all diesen satanischen Gruppierungen, da geht es immer und überall drum. Und da geht es auch in vielen scheinbar nicht-satanischen Organisationen am Ende des Tages drum. Immer dieses, ich habe das Machtdifferenzial, ich habe das Wissen, das Okkulte, was die anderen nicht haben. Ich habe Geheimwissen, was wir den anderen vorenthalten und deswegen bin ich stärker und deswegen kann ich den anderen kaputt machen oder ihm sein Geld wegnehmen oder ihn ausbeuten. Ich habe ja mal eine Sendung gedreht da rund um die Fragestellung, inwieweit der Kommunismus und der Sozialismus letztlich etwas Satanisches ist und der Materialismus. Und da geht es ja auch darum, jetzt bei Lenin und dann bei Stalin und anderen Systemen, wo der Sozialismus eingeführt wurde, um das Endziel des Kommunismus zu erreichen, dann werden ja auch unliebsame Klassen oder Völker vernichtet. Das schreiben auch schon Marx und Engels, da geht es auch nicht nur um Klassenkampf, da geht es dann auch manchmal um Völker, die dann so in ihren Geschichtskonstruktionen dann mal eben irgendwie verschwinden müssen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, da gab es ein Beispiel, ob es dann um die Basken ging oder um die Schotten, aber da haben die so ganz knallhart drüber geschrieben und solche Gedanken vertreten. Ja, das ist ein Ding, worüber ich auch noch ein Video machen werde, ist auf jeden Fall die Thematik, wen verehren die da eigentlich hinter Satan? weil das ist nämlich der Clou, Satan ist nur die äußere Verkleidung, deswegen die Leute sprechen mal von der satanischen Verdrehung und es ist ja alles Satanismus und überall ist Satan. Das ist gewollt. Das ist das gewollte Framing. Und eigentlich geht es um was ganz anderes. Es geht um eine Entität, aber es geht nicht um Satan. Und da geht es dann auch ins Kabbalistische hinein. Ich reiße das mal ganz kurz hier nur so an, aber da können wir vielleicht entweder sprechen wieder nochmal drüber oder aber ich mache eine Sendung auf jeden Fall, ist das etwas, darüber hat noch niemand geredet, noch niemand. Ich habe es noch nirgendwo gelesen, noch nirgendwo gehört, aber das ist etwas, das ich definitiv enthüllen werde und es ist mir auch scheißegal, was diese Gruppen davon halten, aber das werde ich enthüllen und ich werde es auch beweisen, dass das so ist. Gehen wir mal zur nächsten Gruppe, weil wie gesagt, es geht eigentlich nicht um Satan. Der Tempel of Seed, der wurde von Aquino gegründet und der war Mitglied in der Church of Satan, hat aber keinen Bock mehr darauf, weil ihm das zu langweilig, zu profan war. Da waren halt irgendwann so viele Leute, dekadente Leute auch und dann hat LaVey auch teilweise Priesterkarten verkauft zu extrem hohen Preisen und irgendwelche Promis, damit die dann Priester sein konnten, der Church of Satan. Und das hat Aquino nicht gepasst und der hat dann sich gedacht, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf, zumal ist das Ganze mir teilweise zu unokkult, zu unmagisch, ein bisschen zu atheistisch vielleicht auch, hier und da. Wobei ich nicht sagen würde, dass die ältere Church of Satan unter LaVey atheistisch war. Das hat sich erst in der Neuzeit so herausgebildet, weil viele denken ja, die Church of Satan und vor allem so, wie sie mal installiert war, die würden nicht an Satan glauben und es geht, wir glauben nicht an Satan, wir glauben an gar keine höhere Entität. Das ist so diese Auffassung, Satanismus sei eigentlich so eine Art atheistische Philosophie-Richtung. Genau. Und das ist halt so der Punkt, ganz so richtig ist das nicht, in Teilen vielleicht schon, aber das ist auch nochmal so ein Thema, das wäre jetzt auch nochmal viel zu krass, das zu erklären. Selbst bei der Freimaurerei ja auch das Phänomen, dann nennt man das die humanitäre Freimaurerei, die sich ja auch der Aufklärung verschreibt und ganz merkwürdige Entwicklungen so einschlägt. Das hat dann auch mit der Sache am Ende nichts mehr zu tun, mit der eigentlichen. Ja, und der Aquino, der hat halt irgendwann dann angefangen, irgendwelche Dämonen zu channeln, wie Belial und auch andere Wesenheiten, die man so als Dämonen kennt und hat dann erfahren, dass Satan eigentlich so gar nicht die wahre Gestalt des Herrn der Finsternis wäre, sondern eben Seed. Und Seed ist eine ägyptische Gottheit, die anfangs erst eher eine Gottheit der Oasen war und der Fruchtbarkeit und erst in den späteren ägyptischen Dynastien dann immer mehr zum Übeltäter, zum Bösen wurde und dann eben auch als eine Art Satan betrachtet wurde. Eine Art Widersacher gegen die lichtvollen Götter, weil in der Geschichte zerstückelt Seed seinen Bruder Osiris und der Sohn von Osiris, Horus, rächt dann seinen Vater und führt dann diesen Kampf gegen den Gott der Finsternis, gegen Seed. Und das ist dann dieses Licht und Finsternis, die sich gegenseitig bekämpfen als Symbol. Ja. Und dieser Tempel aus Seed Ich habe auch schon mal gelesen, dass Seed auch mit dem Saturn wiederum assoziiert wird. Das ist tatsächlich eine Sache, die eher aus diesem saturnischen Kreis kommt oder auch aus diesem Kreis von Kenneth Grant usw. Kenneth Grant hat ja auch darüber geschrieben, aber wenn wir uns jetzt das, was wir über die ägyptologischen, ja über die Mythologie wissen, Seed eigentlich wurde dem Planeten Merkur zugeordnet. Wenn wir jetzt wirklich nach dem, was die Ägypter geglaubt haben, gehen. Nicht, was heute moderne, okkulte Kreise wieder da rein interpretiert haben möchten. Also das ist ja auch so ein Ding, da hatten wir auch in der letzten Sendung geredet, vieles wird dann so umgebaut, wie man das halt gerade möchte. Ja, hat dann aber manchmal mit der Historie gar nicht zu tun oder mit der Antike auch nicht viel zu tun, sondern es wird halt angepasst an die heutigen Bedürfnisse oder an das Narrativ, was man gerne hätte. Und also wie gesagt, traditionell wird da eigentlich dem Merkur zugeordnet. Das kann man in einschlägiger Literatur überall nachlesen. Heute weiß man das. Und aber klar, in diesem magischen, okkulten System wird er dann doch dem Saturn zugeordnet. Da gebe ich da absolut recht. Aber ich kenne ja auch die Variante, ich glaube im Hermetismus wird dann wiederum Hermes oder Merkur eher dem Tod zugeordnet. Aber das ist halt auch immer so die Sache, je nach System, je nach Lehrmeinung und auch Ägypten. Wir sprechen immer so, ja das alte Ägypten, die alten Ägypter, das war eine Kultur, die bestand über mehrere tausend Jahre. Es gab Ober- und Unterägypten, es gab dort verschiedene Einwanderungswellen, neue Kulte, alte Kulte, Kultzentren. Das ist so ähnlich wie das heutige Indien. Da kannst du ja auch nicht sagen, die Hindus machen das und das, weil es gibt für alles eine Sekte und eine Strömung. Und so mag das auch dort gewesen sein. In der Saison muss man mit pauschal aussagen. Ich kann nochmal drauf eingehen, die Bezeichnung des Planeten Merkur ist Sebek und Sebek ist eine Erscheinungsform der alten Götter Seed und Tod. Das ist das, was wir quasi ägyptologisch oder was hier ägyptologisch angegeben wird. Also diese Verbindung. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das wird jetzt auch wieder zu nerdig. Wir gehen mal, glaube ich, jetzt weiter auf den Tempel auf Seed. Ja, genau. Oder kommt zurück dazu. Ja, genau. Also Aquino, das ist so eine Geschichte irgendwie. Da könnte man jetzt auch ewig ausholen. Ich werde einfach nur mal so ein paar Hinweise geben. Es gab zum Beispiel mal so verschiedene, da traten so verschiedene Leute auf, die irgendwie multiple Persönlichkeiten hatten und dann Angaben, sie wären in der Wewelsburg misshandelt worden und noch viel schlimmere Sachen. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, das muss sich jeder selber überlegen und sich Gedanken dazu machen. Aber was halt interessant ist, es gab tatsächlich in den 70er, 80er Jahren gab es das Wewelsburg Working vom Tempel auf Seed in der Wewelsburg. Und jetzt noch kurze Frage von dem deutschen Ableger dieser Organisation oder vom amerikanischen Original? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht vom deutschen. Ich glaube, das war der amerikanische Zweig tatsächlich, dass die hierher gekommen sind und das dann gemacht haben. Ich weiß aus gewissen Kreisen, dass das wirklich stattgefunden hat, die Wewelsburg Working. Was aber wirklich passiert ist, keine Ahnung. Was sie da wirklich gemacht haben, weiß ich nicht. Es war halt angeblich einfach nur ein Ritual mit Runen und so weiter. Das Ding ist halt, was aber interessant ist, dass wohl angeblich Aquino mehrfach im Verdacht stand oder beziehungsweise angeklagt wurde wegen Pädophilie. Und da wird es natürlich dann interessant, weil auch diese Opfer immer davon sprechen, dass sie sexuell misshandelt worden sind. Auch auf der Wewelsburg. Ja, also das Ding ist halt, es ist halt sehr schwierig, weil letztendlich, wenn diese Informationen öffentlich zugänglich sind, dann können auch Leute, die einen Knacks am Dachs haben, sich das reinziehen, dieses Material und dann vielleicht mit einer Psychose oder mit irgendwas dann das vermischen und dann glauben, sie haben das erlebt. Also ich würde nie, natürlich spreche ich den, viele Leute haben bestimmt ganz schlimme Sachen erlebt, aber man darf halt immer nicht gleich sagen, nur weil die das jetzt sagen, dass das passiert ist, dass das auch passiert ist und dass irgendwie diese ganzen Gruppen da alle irgendwelche Kinder töten und Vögeln und so weiter. Sicherlich gibt es sowas, das möchte ich auch gar nicht abstreiten, aber es ist halt so, dass nie irgendwas bewiesen werden konnte. Das ist halt schon wieder so ein Ding, wo ich mir denke, es wird Gruppen geben, die sowas machen, es wird Gruppen geben, die sowas vielleicht nur symbolisch andeuten und nur symbolisch tun, es wird Gruppen geben, die das nicht tun, aber es gut heißen. Das ist ja ein weites Spektrum, aber zumindest kann man ja sagen, dass all diese Gruppen eine gewisse Nähe dazu haben. Ja, eine gewisse Nähe, würde ich schon sagen, dass sie eine gewisse Nähe dazu haben, wie gesagt eben auch, also was definitiv der Fall ist, ich weiß aus einigen Gruppen, dass dort auch Gruppen, denen ich mal nahe stand, dass dort, dass ich eben dort auch mitbekommen habe von ehemaligen, dass da wohl auch schon hier und da jemand vergewaltigt wurde. Ja, also es ist, das ging aber dann auch vor Gericht und solche Sachen und tatsächlich ist es auch so, dass es nicht so war, dass das dann, dass immer ins Leere geführt ist oder sowas geführt hat. Also da wurden auch Leute verknackt wegen bestimmten Sachen. Also es ist, ne, und das war dann mehr auch so eine Sache wie, die Leute standen auf Drogen bei irgendeiner Orgie oder bei irgendeiner Messe und hinterher war es dann so, ja, ich wollte das eigentlich alles gar nicht. Waren aber voll auf Sendung und ja, das ist halt so das Ding. Es ist halt auch immer schwierig. Aber egal. Das Thema, wie gesagt, Tempel of Seed, die arbeiten schon ein bisschen mehr mit Magie als die Church of Satan auf jeden Fall und die sind auch ein bisschen härter in ihrer Handhabung. Das heißt, wenn man zwei Jahre lang dort nicht wirklich aktiv war, fliegt man raus. Also du musst wirklich aktiv bleiben, du musst am Ball bleiben und du musst irgendwo dich immer wieder in die Gruppe mit einbringen, weil du sonst irgendwann einfach ausgesondert wirst. Das ist in der Church of Satan nicht so. Da kaufst du dir einmal eine Mitgliedschaft und bist dann da dein Leben lang Mitglied und eierst da rum. Kannst dann dich irgendwelchen Grottos anschließen, das sind so Gruppen oder auch nicht und das war es eigentlich. Also du kannst dann mit der Karte rumlaufen, dich profilieren, wie du Bock hast oder aber du bearbeitest die Grade, die es da drin gibt und wirst dann irgendwann von der Leitung zum Priester ernannt, weil du irgendwas Tolles gemacht hast, was denen gefällt. Propaganda. Bevor wir zum nächsten Orden übergehen, da würde mich noch mal interessieren, bei dem Temple of Seed dieser Gründer Aquino, sagtest du, heißt der, wer ist das so ungefähr? Was war das für ein Typ? Weißt du was darüber? Ja, dieser Michel Aquino, der hat halt auch, ja, der hat halt irgendwie beim Geheimdienst auch gearbeitet, beim Militär, ich glaube, der war mit dem militärischen Abschwemmdienst oder sowas ähnliches da von, ja, bei den Amis halt, ne, und hat auch viel mit Geheimdiensten irgendwie zu tun gehabt, immer wieder, so ähnlich wie Crowley, der ja auch irgendwo mit Geheimdiensten oder im Verdachtsstand mit Geheimdiensten zu arbeiten und so weiter, also dieser Aquino, Michel Aquino hat eben auch in diesen Kreisen, war da sehr aktiv und soll wohl auch, und das sind aber Sachen, die, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, an diesen MK-Ultra-Geschichten beteiligt gewesen sein. Was ich mir durchaus vorstellen kann, weil diese Leute sind halt moralisch, die haben keine Moral, überhaupt nicht, das interessiert die nicht, die interessiert nur ihr eigenes Vorankommen und die Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Es geht nur um Bedürfnisbefriedigung und das können sie natürlich nur dann effektiv befriedigen, wenn sie so wenig Widerstand wie möglich haben. Und das versuchen sie ja auch gesellschaftlich zu etablieren. Beschreibst du jetzt gerade die Satanisten oder beschreibst du unsere Oligarchie? Ich beschreibe gerade die Satanisten. Sicherlich wird auch der ein oder andere aus diesen Gruppen in irgendwelchen anderen Kreisen sein. Also das würde ich nicht ausschließen, weil das ist ja auch das besagte Ziel dieser Gruppen. Ja, also wirklich zu sagen, wir sind überall und wir versuchen in hohe Positionen zu kommen. Was haben wir denn als nächstes hier von den Organisationen? Genau, als nächstes hätten wir hier diese, würde ich sagen, die Neo-Luciferian Church oder nee, sagen wir mal, fangen wir mal mit dem Ordoff und Engels als nächstes an, weil wir wollen ja so ein bisschen von den Jahren so. Also der Ordoff und Engels ist irgendwann in den Mitte 70er Jahre gegründet worden von Anton Long. Das ist unten neben der Saturni. ist der Mann mit dem roten Bart. Genau, sag noch mal seinen Namen, ich habe dazwischen gequatscht. Der heißt David Mayette, aber vermutlich unter seinem Pseudonym Anton Long hat er diesen Orden gegründet. Aber das wird halt immer so ein bisschen mystisch dargestellt. War er das jetzt, war er das nicht und naja. Unter diesem Pseudonym wurden auch dann eben verschiedene Bücher publiziert, die erst nur für die Eingeweihten zugänglich waren. Das hat man dann aber irgendwann gelockert und hat eben auch Schriften einfach so rausgehauen, um quasi eine Bewegung zu erschaffen. Es gibt nämlich zwei Richtungen vom Ordoff und Engels. Einmal der Ordoff und Engels als Bewegung, der quasi, wo auch letztendlich Leute, die nicht initiiert sind, den Zielen des ONA folgen können und sich beteiligen können am Kampf, weil die führen einen Kampf. Da komme ich aber gleich noch zu, was für ein Kampf das ist. Da kann man sich also aktiv daran beteiligen, ohne dann wirklich da in den in diesen siebenfachen sinistren, diesen siebenfachen sinistren Pfad initiiert zu sein oder wirklich als Initiierter unter Initiierten zu arbeiten. Sondern man kann das auch im Alleingang machen, wenn man das möchte. Aber das ist dann wie gesagt der ONA als Bewegung und dann gibt es noch den ONA als Orden und da spielen dann eben bestimmte Strukturen noch eine Rolle, die dann noch mehr in die Tiefe gehen und wo es dann auch mehr Leitung gibt. Also mehr Anleitung und vor allen Dingen mehr Begleitung und vor allen Dingen auch viele Schriften sind so gar nicht wirklich verstehbar. Das heißt also, ich sag mal so, man kann dem ONA, man kann der Bewegung ONA, man kann diesen Weg gehen, aber dann ist man eher ein Attentäter am Ende. Das heißt, du wirst radikalisiert, es geht in Richtung Terrorismus und am Ende bringst du ein paar Leute um, die dem ONA im Auge sind und dann hast du eigentlich alles getan, was du tun kannst. Mehr kannst du dann auch gar nicht erleben, außer ein paar satanische Rituale machen und irgendwelche Leute umbringen am Ende. So, das war es dann eigentlich für dich. Entweder wirst du erwischt und landest im Knast oder du stirbst bei irgendeiner Aktion oder aber du kommst damit durch und was auch immer. Aber diese Leute sind letztendlich nur die helfende Hand. Man nutzt das eigentlich nur. Interessant ist es dann aber innerhalb des Ordens, wo es dann eine richtige Struktur gibt und wo es auch eine Hierarchie gibt und wo es gewisse Ämter gibt und gewisse Grade, die bearbeitet werden und wo dann eben auch Sachen viel mehr erläutert werden und erklärt werden. Es gibt unglaublich viele Tarnorganisationen, die letztendlich zum ONA gehören, aber nicht als diese ersichtlich dem ONA zugehörig erscheinen. Und das sind meistens irgendwelche Terrororganisationen, die sowohl aus den islamistischen Richtungen kommen können, als auch aus den neonazistischen richtigen Richtungen kommen können. Das sind so die Hauptströme, mit denen der ONA als äußere Terrorwerkzeuge arbeitet. Ist das nachgewiesen oder sind das deine Erfahrungen oder ist das Spekulationen? Naja, also das ist halt, weist mal geheime Aktivitäten eines geheimen Ordens nach. Also das Ding ist halt zum Beispiel Combat 18. Combat 18 ist eine britische Neonazi-Gruppe, die angeblich durch Blood and Anna und Ian Stewart und all diese Verbindungen irgendwo dann entstanden sind da als Terrorzweig, um eben die NS-Ideologie zu befördern und auch bestimmte Sozialstrukturen zu zerstreuen und Chaos zu verursachen, um eben die Gesellschaft zu vernichten, wie sie jetzt ist. Und es ist aber so, dass wenn man da genauer hinschaut, sieht man schon die Verbindungen zu David Mayett. Und David Mayett macht teilweise auch gar kein Geheimnis, dass er in vielen rechtsradikalen Gruppierungen aktiv ist und auch in jihadistischen Kreisen aktiv war. Da macht er kein Geheimnis draus. Das kann man also auch durchaus im Internet so ein bisschen recherchieren. Da gibt es ein paar Hinweise darauf. Man muss halt nur suchen. Und ansonsten zu der Agenda dieser Gruppe, die sind eigentlich komplett das Gegenteil von allen anderen Gruppen, die wir hier sehen. Und da wird es ziemlich interessant. Und das habe ich auch in meiner Dokumentation, in meinem Video über diesen satanistischen Baum, den ich da zeige, mit den ganzen Gruppen, die es gibt, aufgezeigt. Da habe ich ganz rechts, habe ich da so diese völkischen Bewegungen und auch den nationalistischen Gruppierungen und ganz links ebenso diese kommunistischen Gruppierungen. Und diese Gruppe ist ganz klar gegen, also die glauben, dass wir von einer zionistischen Weltmacht gelenkt werden zu großen Teilen und die wollen dieses zionistische System zerstören. Deswegen treten die auch immer wieder sehr stark als Gegner jüdischer Gruppen auf und so weiter. Also die werden eben deswegen auch immer stark in diese antisemitische Richtung gebracht, weil sie eben, also ich würde nicht sagen, dass sie jetzt allgemein gegen jeden Juden sind oder sowas oder gegen Israelis schon mal gar nicht. Also als Menschen, also gegen einzelne Menschen würde ich jetzt nicht sagen, nur weil sie eine andere Herkunft haben, sondern da geht es eher darum, bestimmte Strukturen aufzusprengen durch extreme Symbolismen und am Ende ist es dann aber schon ein Kampf gegen nationalistische zionistische Gruppierungen, die letztendlich auch in diese messianischen Bereiche reingehen. Also die bekämpfen diese ganzen messianischen Gruppen, die bekämpfen letztendlich diese zionistischen Strukturen und wollen die aufbrechen oder zerstören und die sagen halt, die einzige Heresie gegen alle Gesellschaften, die wir heute haben, die einzigen Heresien, die es hier gibt, ist Nationalismus oder Dschihadismus. Das sind die beiden Extreme, das sind ja auch die beiden Gruppen, denen die NWO am meisten im Auge sind. Es wird ja Nationalismus überall bekämpft. Überall. Das ist der große Feind. Aber gut, es geht jetzt nicht darum, was ich denke, sondern was dieser Orden denkt. Jetzt frage ich mich, auf der magisch-okkulten Ebene, sind die dem, wo sind die da einzuordnen? Stehen die Telemah und Crowley irgendwo auch noch nahe? Ein ganz eigenes System. Ein ganz eigenes System. Die lehnen natürlich als antizionistische Gruppe absolut radikal die Kabbalah ab und alles, was damit zu tun hat. Sie lehnen auch andere satanische Gruppen ab. Sie sind gegen alle anderen satanischen Gruppierungen, weil sie die eben auch sehen als Leute, die eben dieser zionistischen Agenda dienen. Deswegen bekämpfen sie auch andere satanische Gruppen. Benutzen sie denn eine Symbolik oder Ritualistik, die dem NS-Okkultismus nahesteht und Ruhnen und so was? Oder haben sie da auch was ganz Neues? Natürlich haben die ihre eigenen Systeme. Es ist aber so, dass der UNR hat sich zusammengespeist aus verschiedenen Gruppen, die es vorher schon gegeben hat. Es gab die Noctuliens, das war eine Gruppierung, die eben auch aus dieser Richtung kam und es gab den White Order of Thule. Und das sagt ja schon Thule, Thule Gesellschaft kennen wir, White Order of Thule, hat also damit zu tun gehabt und natürlich ist definitiv werden diese extremen Gruppen auch ein Orden, der aus dem Order von Engels entstanden ist, zum Beispiel The Black Order, so nennen die sie einfach The Black Order und der wiederum versucht die Tradition der SS mit Satanismus vermischt wieder aufleben zu lassen und mischt auch Nationalsozialismus mit Satanismus und Heidentum also das ist halt so dieses Ding ist ja auch ein Phänomen so ein bisschen was jetzt in Bildern kursiert die jetzt aus dem Ukraine Krieg stammen also wo du es sind auch immer mal wieder so rechte Attentäter aufgetaucht die definitiv symbolik aus diesen Richtungen getragen haben wir haben ja diesen wie ist in Christchurch zum Beispiel da hat er ja seine Waffen die sind ja komplett bemalt gewesen ich habe mir das mal ganz genau angeschaut und da habe ich dann tatsächlich auch Symbole aus dieser Richtung erkennen können das heißt er hatte schon irgendwo eine Inspiration ob der jetzt einer dieser Gruppen angehört hat oder einer Spüter Gruppe oder was auch immer das kann ich nicht sagen aber auf jeden Fall scheint er dort eine gewisse Nähe gehabt zu haben und diese Dinge warum machen die überhaupt Terroranschläge wozu dient das ist ich ich finde die die Gegenseite erst recht für sich die Legitimation hat noch mehr Überwachung zu machen und noch mehr Einschränkungen zu geben und unsere Rechte noch mehr einzuschränken aber die sehen es halt so dass die wollen dadurch dass sie immer mehr Terror verursachen einen Bürgerkrieg anzetteln also quasi das was letztendlich 2016 in der Ukraine passiert ist wo sich rechte Widerstandsgruppen gegen den Staat aufgelehnt haben die schon seit ganz langer Zeit unterdrückt worden sind aber kann man bei so einem Orden eigentlich wie dem Order of Nine Engels davon sprechen dass die wirklich im klassischen Sinn okkult sind für mich klingt das alles furchtbar politisch die sind sehr okkult die sind sehr okkult weil das ist ja das krasse die haben sowohl als diese weltlichen aktivitäten als auch sehr hochmagische aktivitäten die haben ein eigenes tarot das sinister tarot was auch wieder komplett eigene symbolik beinhaltet was man nicht mit dem klassischen arcana kann vergleichen kann mit den klassischen tarot karten die wir so kennen sondern ein eigenes tarot system die haben ein eigenes es gibt sozusagen auch ein sogenanntes das sogenannte star game das ist ein schach was auf mehreren ebenen aufbaut quasi wie bei star was bei star trek da gab es auch dieses mehr ebenen schach wo mehrere ebenen sind und da sind dann so alchemistische würfel die man auch wieder so drehen kann und die auch wiederum und dieses Spiel mit diesem Spiel kann man wohl auch bestimmte Ereignisse beeinflussen beziehungsweise stehen die steht dieses Spiel wiederum mit weltlichen Aktivitäten in Zusammenhang und mit der Beeinflussung bestimmter weltlicher Dinge und dann gibt es noch die magische Form im ONA die sehr auch einmalig ist in der Form ist die Eonik und die Eonik besagt dass es hier darum geht ein Eon zu formen ein Eon neu um also neu zu strukturieren sowohl magisch zu beeinflussen als auch mit weltlichen Aktivitäten also ein Eon im Sinne eines Zeitalters ein neues Zeitalter einzuleiten ein Zeitalter zu gestalten zu verändern zu beeinflussen und der ONA arbeitet eben einerseits mit einer gewissen Magie Form aber macht auch klassische Rituale es gibt auch Messen es gibt auch verschiedene Rituale für verschiedene Sachen dann gibt es wie gesagt dieses Star Game und dann gibt es noch diese Stellaren Bezüge zum Beispiel wird sehr viel mit Algol mit dem Planetensystem oder mit dem Planeten Algol gearbeitet Algol Ras Algol der Kopf des Dämons ja aus dem Arabischen heraus und also es wird viel es wird schon viel okkult und viel mit viel Magie gearbeitet aber eben auch immer in Kombination mit weltlichen Aktivitäten interessant für mich klingen die eigentlich von all den Organisation die du jetzt so vorgestellt hast wie die radikalsten Spinner sind die auf jeden Fall es sind die radikalsten und es sind die intensivsten aber es ist halt aber auch man könnte so sagen es ist muss ich aufpassen wie ich das sage die stellen sich ja gegen die anderen also die sind die Feinde der alle alle anderen satanisten also im grunde genommen wo stehen die dann sie sind auch die Feinde dieser Gesellschaft die sind auch die Feinde bestimmter messianischer Gruppierungen die versuchen hier irgendwas zu manipulieren deswegen ja also das ist halt immer die Frage bei denen spielen auch solche Sachen wie mit Kindern oder Tieren oder so was die machen auch keine Kinder oder Tier Opfer auch nicht auch nicht irgendwo dann dass sie dann sagen ja wir tarn das oder wir sprechen dann so wie Crowley von weißem Weihrauch und meinen damit eigentlich einen Knaben und so eine Scheiße in Schattensprache gesprochen das gibt es da nicht das wirst du nicht finden und du wirst eher Leute finden die dir auf die Fresse hauen aufs Maul die sagen was willst du spinn na ich auf die Fresse lass mit mit sowas in Ruhe und das ist genau der Punkt da kannst du nicht wie bei der Church of Satan sagen ich habe da so eine Neigung und dann sagen die ja ist doch okay Satan sagt du darfst alles das sagen die nicht für die ist satan ein morphogenetisches Kraftfeld eine Energie ein Prinzip ein Symbol nicht ein Symbol sondern ein Prinzip ein Energie Prinzip was für das für letztendlich die Kraft der Rebellion aber auch die Kraft des Umbruchs steht für die Kraft die Evolution schafft die menschliche Evolution schafft und die sind der Meinung dass die waltenden Mächte versuchen die Evolution der Menschen also die geistige Evolution vor allem der Menschen aufzuhalten den Fortschritt der Menschheit aufzuhalten indem sie die Menschen klein halten dumm halten und ihnen Wissen vorenthalten das ist das Ja mich interessiert vor allem der in der Mitte Greater Church of Lucifer Ja das ist eigentlich fast schon der langweiligste aber ist okay Greater Church of Lucifer wurde von Michael W. Ford gegründet und das ist auch die jüngste Gruppierung hier auf diesem Bild oder wahrscheinlich ich weiß nicht ob der Satanic Tempel noch jünger ist ich bin mir nicht sicher aber die könnten auch im gleichen Zeitraum entstanden sein auf jeden Fall irgendwo so 2010 oder irgendwas ich weiß es nicht irgendwo in dem Rahmen sind die da entstanden und ja Michael W. Ford war vorher Mitglied im Order von Engels das ist sehr interessant hat dann aber irgendwann so ein bisschen sich davon distanziert weil es war ihm zu extrem und hat er gesagt er kommt mit diesem NS Kram nicht klar ja das war ihm dann zu krass da er keinen Bock drauf gehabt also hat er sich davon distanziert und hat sich dann nur noch mit Magie beschäftigt hat dann auch seine eigenen Magiesysteme also im Grunde ist er so ein Okkultisten Nerd er ist wirklich so ein Magie und Okkult Nerd der auch nicht wirklich dann der sich dann so distanziert von diesen ganzen Gruppen der auch keinen Bock hat auf politische Aktion der keinen Bock hat auf irgendwelche anderen weltlichen Sachen sondern wirklich nur so komm wir basteln hier Rituale und machen die dann in der Gruppe und fühlen uns irgendwie geil so und das ist so da geht es wirklich das ist auch der harmloseste von allen natürlich will der auch ein bisschen Kohle verdienen mit seinen Büchern aber das ist keiner der wirklich Macht hat oder sagt ich bin jetzt hier der große Meck der wohnt in seinem Haus mit seiner Frau und schreibt Bücher ist ein ganz normaler Autor und hat magisch mystisch irgendwo eine Verbindung zu dieser dunklen Seite und arbeitet gerne mit diesen dunklen Entitäten und hat eben diese Church ins Leben gerufen als eine luziferianische Kirche die eben viel mit Ritualmagie arbeitet mehr ist es nicht ja und Luzifer auch so ein bisschen als Symbol der Befreiung sich von diesen Zwängen der Gesellschaft zu befreien und so seinen eigenen Weg zu gehen auch wie gesagt schon ein bisschen in Richtung dieses ich mache mein eigenes Ding aber ich würde sagen da da wird man auch nicht so glücklich wenn man jetzt sage ich mal irgendeine Neigung hat die gesellschaftlich nicht akzeptiert ist und du kommst dann da an und sagst ja wo sind denn die zwölfjährigen Mädels dann werden die dich auch ganz schief angucken mit Sicherheit es klingt für mich eher wie eine intellektuellere Organisation geht so also typisch amerikanisch auch ja und ein bisschen kitschig also alles ein bisschen kitschig wenn man da in das innere dieser Kirchen guckt mal da gibt es auch teilweise gab es noch Bilder und so ich habe aber auch von Freunden was mal geschickt bekommen die auch da waren und so es ist kitschig also meines Ding wäre es nicht ich finde es kitschig ich finde es auch irgendwie langweilig das Wort amerikanisch sagt es ja vielleicht auch schon ja es ist ich würde eher sagen es ist eine organisation fürs ego wenn du bock hast auf irgendwie satanischen symbolismus und so ein bisschen eigenbrödler bist und so dein ego film fährst und heil satan schreist und ein auf den machst und so und ein bisschen proletisch aber schon auch die Möglichkeit sich magisch okkult irgendwie weiter zu wickeln ein bisschen Meditation ein Ritualmagie und so weiter naja dann lass uns zu was interessanterem kommen ich glaube wir haben noch so satanic tempel und neo luciferian church ich würde jetzt gerne zu neo luciferian church ich vergesse mal wie dieser typ heißt ich weiß aber aus welchem raum er kommt und zwar gab es diesen michelle bitreau der ja jedenfalls der ordo tempel orient ist antiqua ja und dieser ist ja so ein voodoo gnostischer orden gewesen der jetzt auch mit mit clifford arbeitet oder clifford das heißt mit der inversen oder umgedrehten kabbalah die dunkle seite der kabbalah wirklich und diese neo luciferian church ist dann im rahmen bestimmter gnostischer kirchen aus dem otoa entstanden als eine sehr klar definierte luciferianische organisation weil die anderen genauso wie auch der otoa alle im grunde genommen wieder diese heimlich satanisten sind die nach außen hin wieder so als gnostisch mystisch ägyptisch tralala telema irgendwas auftauchen ja und mit kabbalah rumhampeln und so weiter und mit clifford und was weiß ich nicht alles oder clifford und aber nach außen gar nicht so den er hat auch viele bezüge zu den martinisten und zu verschiedenen anderen gruppierungen die wiederum mit papus oder papo oder wie papy wie man ihn nennen will in verbindung stehen also auch da gibt es diese verbindung von papo über den otoa bis hin zur neoluciferian church das heißt wir haben ja definitiv diese typisch rosenkreuzerisch kabbalistischen ideale die aber genauso wie bei den schwarzen kreuzern von paris eher in dieses destruktive dunkle gehen ja das heißt also weniger dieses klassische kabbalah mit die göttlichen emanationen die sich dann immer vergrubstofflich bis zur erde und so weiter bis in die materielle ebene die dann auch als system genutzt werden kann als aufstiegssystem oder abstiegssystem wie man sehen will zu göttlichen sphären sondern hier ganz explizit dann auch eher dann diese kabbalistischen Verbindungen die auch bezüge eben zu diesem klethotischen oder klethotischen system haben wo es dann eher um die dunkle seite gottes geht und luzifer hier auch ganz klar deklariert als phosphoros also als lichtbringer als gestalt die schon dem klassischen christentum irgendwo so ein bisschen entgegen steht und aber dann mehr in dieses ophitisch gnostische system reingeht wobei wenn die ophitisch gnostisch sagen meinen sie nicht das was in der antike ophitisch gnostisch war sondern auch wieder irgendwelche perversen sexkulte ja also wieder eine profanisierung mir kommt es auch so oft vor wenn ich so deine ausführungen lausche als ob viele dieser orden so die neigung haben eigentlich auch das okkulte leergebäude leben zu wollen in der materiellen welt und sie dann letztlich profanisieren also ja und das 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 siegel hier was man jetzt zum beispiel das ist aus dem grimoire das zeigt eben das klassische siegel von luzifer also luzifer nicht als der römische engel des lichts sondern luzifer im grimoire ist im grimoire als her aller dämonen als satan deswegen wird diese gruppe auch hier mit aufgezeichnet als satanische gruppe genau ja vielmehr würde ich da jetzt auch gar nicht zu sagen wollen können wie auch immer lohnt sich auch nicht ist auch nicht so relevant wir sind genau in unserem zeitlichen rahmen wir haben jetzt noch genügend zeit auf die letzte gruppe einzugehen und dann haben wir es geschafft und dann haben wir auch unseren zuschauern diesen wunsch erfüllt dass Alex nochmal ganz in ruhe hier jeden orden durchspricht jetzt geht es um den satanic tempel also oben in der mitte ja das ist so eine relativ junge gruppierung wie gesagt ich glaube die sind auch 2010 oder irgendwas entstanden die Gestalt die man da sieht das ist so ein Typ der hat so ein weißes wenn man den sieht Lucian Graves heißt der und der ist sozusagen das äußere Sprachrohr dieser gruppierung und diese gruppierung wurde von anderen Leuten gegründet die eine gewisse agenda verbreiten wollten also es ging hier nicht darum eine satanische organisation im klassischen sinne zu gründen also noch eine und noch eine sondern es ging eher darum eine Bewegung zu erschaffen auch die wollten eher die sehen sich als satanische Aktivisten und satanisch auch nicht im Sinne eines Konzeptes von Religion und Christentum sondern tatsächlich völlig atheistisch auch Magie und solche Sachen spielen da überhaupt gar keine Rolle vielleicht bei einzelnen Leuten die das privat für sich so machen aber im großen ganzen hat der Satanic Tempel nichts mit klassischer Magie zu tun sondern ist eigentlich nur eine Aktivisten Organisation die versucht bestimmte Thematiken in das Zentrum der Gesellschaft zu rücken und dadurch dass sie als Satanisten auftauchen bekommen sie eben dann auch die mediale Aufmerksamkeit und das wissen sie und deswegen arbeiten sie damit es ist natürlich auch klar dass diese Gruppe wieder installiert wurde um einen weiteren Schritt zu gehen viele sagen auch das ist so die Nachfolge Organisation das ist der nächste Schritt von der Church of Satan also quasi Church of Satan war so der erste Schritt und jetzt muss es weiter gehen und jetzt können wir quasi noch profaner noch idiotischer werden und noch noch plakativer unsere Agenda verbreiten und da findet man wirklich dann alles was wir heute so im Mainstream auch haben an Thematik zum Beispiel Homosexualität die haben ständig Flaggen mit dieser Regenbogenflagge wirst du da überall sehen dann hast du diese Thematik mit Gender und du darfst das Geschlecht haben was du willst und du bist okay und was auch immer und das verschwimmt dann immer mehr auch mit solchen Themen wie naja wenn es egal ist was für ein Geschlecht ich habe wenn es egal ist wie ich meine Liebe äußere ist es dann nicht vielleicht auch egal ob meine Freundin vielleicht 16 ist oder 15 oder vielleicht noch jünger könnte ist das nicht vielleicht dann auch egal also es verschwimmt und du hast dann halt irgendwann gar keinen richtigen gar keine moral mehr oder keine ethik gar keinen maß mehr an dass du dich richten kannst weil alles irgendwie okay ist hauptsache du kannst dich freien feiten und die böse gesellschaft die uns hier knechtet mit regeln und moralismen und vor allen Dingen auch sachen die ja auch teilweise dazu dienen dass menschen geschützt werden die werden so ausgehebelt ja oder die möchte man aushebeln damit jeder sich frei entfalten und jeder frei leben und lieben kann das ist mal ganz wichtig sie sehen sich auch als humanisten ja wie unsere großen wohltäter in der welt auch die natürlich alle humanistische ideale haben und gar keine kapitalistischen ideen also das ist halt genauso der punkt die spielen quasi diesen diesen gruppen oder auch diesen ja der ganzen agenda die heute läuft spielen sie in die hände sie arbeiten dafür und sie versuchen das durch provokation noch mehr ins zentrum zu rücken dass die leute hingucken ja finde ich interessant weil ich sehe auch den humanismus letztlich als eine strömung genau wie der materialismus die die immer diese tendenz hat atheismus und letztlich auch eine form von satanismus wobei auch heute deutlich wurde den einen satanismus gibt es nicht aber dann letztlich in die welt zu tragen und deshalb ich finde das interessant ich finde den satanic tempel wenn ich mir das jetzt hier als sag ich mal wie aus einer religionswissenschaftlichen perspektive mal anschaue finde ich das schon sehr interessant weil es aus diesen okkult religiösen gruppierungen ein Orden ist der rausgewachsen ist der gar ganz in diesem narrativ bewegt und letztlich auch wirkt man hat gewisse parallelen zur humanitären oder französischen freimaurerei der man ja wiederum auch eine nähe zum satanismus nach sagt das wäre jetzt wieder ein ganz eigener themenblock aber es ist schon interessant sich das mal so von oben aus einer adler perspektive anzuschauen und miteinander zu vergleichen wir sind jetzt durchgekommen Alex es hat ja die faust aufs auge gepasst ungefähr anderthalb stunden so hatten wir uns das ja auch vorgenommen haben wir jetzt gebraucht um alle orden noch mal durch zu sprechen wir beide haben ja schon auch vor bevor wir jetzt angefangen haben zu drehen besprochen dass wir noch weitere sendungen planen auch tausend dank ja ich danke dir dass ich hier sein durfte hat mir wieder echt sehr spaß gemacht und ja ich freue mich schon aufs nächste mal genau und in dem sinne liebe leute liebe freunde ciao und bis bald so you you